Hallihallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Spezialvideo es geht um Formel 1 wie ihr vielleicht schon sieht ist das Formel 1 2012 also nicht gerade das neueste Game aber ja ich liebe es ich habe es darum auch gekauft ich spiele es auch sehr sehr gerne und mir geht es jetzt darum dass ihr mir in die Kommentare schreibt ob ihr eine Let's Play Reihe von Formel 1 sehen wollt oder nicht also ob es euch gefallen würde wenn ja schreibt es auch einfach in die Kommentare es würde mich sehr sehr freuen und ja das wird dann ein paar coole Let's Plays geben wenn ihr damit einverstanden seid ja jetzt seht ihr auch gleich wie ich Formel 1 fahr also ich bin gerade nicht gerade der Beste ich habe erst gerade angefangen Formel 1 zu fahren und ja also schaut euch mal das Video an und dann habt ihr einen kleinen kleinen Einblick über ja über Formel 1 Brennen ja dann würde ich mal sagen viel Spaß beim Video schauen und tschö bis zur nächsten Folge von irgendetwas tschö aber auch noch mal Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018